In Japan soll radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima offenbar ins Meer geleitet werden. Die Regierung werde die formelle Entscheidung in Kürze treffen, berichten verschiedene Medien. Das in rund 1000 Tanks gelagerte Wasser wird derzeit umfangreich gefiltert, um seinen radioaktiven Gehalt zu reduzieren. Der Plan der Regierung stößt bei örtlichen Fischern und Landwirten auf massiven Widerstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017